hallo wir finden was du gerade bekommst zu einem video und heute habe ich mir gedacht dass ich mal auf dem boden filme es steht immer auf dem bett oder so nein ich mache heute mal auf einem blatt eine zeichnung und es kann nie von mir lernen zu zeichnen jetzt zeige ich mal euch wie wir das augen malen also wie wir das augen malen ich mache zuerst einmal ein Auge bevor ich so ein das ist jetzt wirklich auch augen wo man denkt sind es scheiß augen sind es obwohl mit einer hand fühlst du immer die kamera mit einer hand selber für das passt recht gut ich will mir erklären aber irgendetwas ich verwirklich aufrede wenn zeich mal üben möchte man steht dann auch schon mit einer so dass man alleine mit einer hand muss aber mit einer hand muss ich mir das handy heben also jetzt fragt ich mir mit einer hand was ich mir überlegen wenn er jetzt das gesehen wenn er das mal etwas ich mach das ganz kurz schnell und ihr könnt in der razzischenzeit mal überlegen was das soll sein das heißt kein optifbrauch ein optif wo ich kann ihr könnt natürlich mal schauen was ich sonst noch haben das ist ja geil wenn man so macht brauch oder ihr könnt euch natürlich mal überlegen ich kann euch natürlich mal überlegen oder halt so etwas ober sein aber ich kann euch schnell so herlegen und ich dann zudem mache ich schon die Nase aber ich höre mich noch du bist das einzige wo man kann denken ich muss euch überlegen also wenn ich euch zeigen möchte ich möchte ich möchte ich möchte ich möchte die ich möchte ich möchte Da fängt immer zu schüssen die Näs an. Dann können wir zuerst einmal. Kann er es auch so schön? Schreibt jetzt in die Kommentare, ob er es auch kann. Mach es ein bisschen näher. Gerade hinschauen. Die Näs an. Seht ihr? Obwohl ich mit einer Hand gemacht habe, denke ich mir, der liegt immer so. Obwohl ich mit einer Hand gemacht habe, denke ich mir, der liegt immer so. Obwohl ich mit einer Hand gemacht habe, denke ich mir, der liegt immer so. Obwohl ich das auch mache. Zack. Ok. Was habe ich jetzt hier für einen Wünsch? Was ich hier mache aus dem. Ich kann aus dem viel machen. Aber ich habe zuerst einmal. Ein bisschen leer. Ich freue mich jetzt hier. Das auch wird leer. Sehen. So. Ich weiß ja was. Ich fühle mich etwas einfacher. Für euch. Ich habe mir nicht, gell. Einen einen angrauen Tür gemacht als die anderen. Ich kann ja auch die Farbe an. Aber ja. Es sind doch die Handyhalterungszeuge hier. Und man kann sein Handy so herrheben. Man kann ja auch nicht immer das Handy so herrheben. Ja. Aber mit einer hat es gerade so. Natürlich muss ich ihn ein bisschen schön ausmalen. Und ich kann es auch auf Instagram. Dann anschauen. Ok. Bevor ich da immer die Überlegung mache. Mit der Lippe. Ich mache jetzt auch mal. Jetzt habe ich noch einen Trick. Ich muss nur. Das machen. Das ist der einfachst mögliche Trick. Dass ihr ein Lippe. Möglichst gelassen. Machen. Wenn der Lippe am Mose ein bisschen schön aussieht. Wenn ich gerade hier luche. Das ist nicht so schlimm. Aber ich kann es korrigieren. Warte. Korrigiere ihn schnell. Ja. Es ist nicht so schlimm. Sie hat gerade gesagt. Hey Scheiße. Nein. Aber ich finde das. Ich finde es passt auch recht. Erfragend. Die andere ist noch ein bisschen besser geworden. Ich habe mir überlegt. Losfahren. Erfragend. 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 Da hat er mehrere Videos. Erfragend. Und jetzt sieht es so aus, finde ich auch nicht so schlecht, finde ich auch nicht so schlimm Du musst, finde ich... Na, doch, doch, doch mach jetzt das hier oben ein wunderbares Kunstwerk hinbringen. Eigentlich ist es unter deinem Maß. Hier haben wir den O-Rad-Teil. So, ich mache hier oben das Ardendo. Und hier können Sie entscheiden. Ich weiß nicht, ich mache hier. Oder ich lege hier. Oder ich meine jetzt nicht so. Jetzt geht es nicht genau so, jetzt so sieht es hier. Einfach so, dass sie auch wirklich merken, was sie jetzt mit dieser Frau machen. Ihr schreibt jetzt in die Kommentare, was sie machen mit dieser Frau. Sonst mache ich hier ein bisschen Haar hinten. So. Ich habe den Frauenkopf ausgesetzt. Ich mache hier ein bisschen... ...geteiltreuer. Das sieht aus wie eine Frau. Aber ich finde auch... Schreibt jetzt in die Kommentare, was sie können mit dieser Frau machen. Und wir sehen dann mit dem zweiten Video, wie es weitergeht mit dieser Frau. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis nachher. Abonnieren. Faktieren. Hörer. Und auch eine nette Kommentare. Was gut. Tschüss. Hörer. Hörer.